Als Kind kann man nicht früh genug anfangen, seine motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Berg hilft dir dabei mit dem preisgekrönten Berg GoTo, der in diesem Jahr in zwei trendigen Retroversionen erhältlich ist. Ab dem Alter von 10 Monaten kannst du diese einzigartige Kombination aus Lauf- und Tretauto nutzen. Das ist praktisch, denn wenn du schon das Fußabtreten gemeistert hast, kannst du hier weitertreten lernen. Der GoTo hat ausklappbare Pedale. Wenn sie eingeklappt sind, sind sie beim Treten nicht im Weg und wenn sie ausgeklappt sind, kannst du leicht das Treten lernen. Aufgrund der vier Räder und des robusten Designs ist der GoTo stabil und sicher. Der ergonomisch geformte Sattel sorgt dafür, dass du auch dann gut auf dem GoTo sitzt, wenn du größer wirst. Du kannst den Berg GoTo drinnen und draußen nutzen. Das kompakte Modell lässt sich leicht an Stühlen und Tischen entlang lenken. Die vier geräuscharmen EVA-Reifen bieten eine stabile Straßenlage und sorgen dafür, dass du niemanden störst. Und ein weiterer Vorteil, sie sind nie platt. Der GoTo kann bis zum Alter von etwa 30 Monaten genutzt werden. Du hast die Wahl zwischen zwei neuen Retrofarben, Olivgrün und Pink. Sanfte Farben, die sich überall anpassen. Unterwegs damit? Dann kann der GoTo mit einer Schiebestange, einem Sicherheitswimpel und einem Tragegurt ausgerüstet werden.